Ja, guten Tag, mein Name ist André Eckert, ich bin der Leiter des Programms Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen. 2019 starteten die Sächsische Landesbibliothek und der Filmverband Sachsen dieses Programm, das wir kurz SAFE nennen. Das Programm unterstützt Archive, Museen, kleine Vereine und Privatsammlungen dabei, ihre Film-, Video- und Tonschätze zu digitalisieren und vor allen Dingen auch wieder sichtbar zu machen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Gefördert wird das Programm vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und seit Programmstart haben wir es schon geschafft, über 50.000 Spielminuten zu digitalisieren und öffentlich zugänglich zu machen. Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich sehr, dass wir nun unseren ersten Online-Fachtag abhalten werden am 21. Januar und wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Wir möchten Ihnen auf diesem Fachtag vor allen Dingen zeigen, wie Sie an diesem Programm teilnehmen können, welche Voraussetzungen Sie mitbringen müssen und werden darüber hinaus mit einigen Fachexperten noch ein paar Einführungspanels Ihnen kurz erläutern, was zum Beispiel rechtliche Themen, technische Themen oder Fragen der Nutzergewinnung angeht. Guten Tag, mein Name ist Hörnig, ich bin unter anderem Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht hier in Dresden. Ich wurde gebeten, am 21. Januar etwas zum Urheberrecht und gegebenenfalls sonstigen Rechtentritter an vorbestehenden Werken im Rahmen von deren Digitalisierung zu sagen, sei es beispielsweise das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht am eigenen Bild oder auch, nicht ganz unwichtig, neuerdings das Datenschutzrecht. Ich hoffe, dass wir im Rahmen der Gespräche und des Austauschs neben dem Auffinden von Problemen vielleicht auch den einen oder anderen Lösungsansatz gemeinsam erarbeiten können. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anna Leipe. Ich arbeite für die Landesfilmsammlung Baden-Württemberg in Stuttgart und ich bin hier zuständig für die Konservierung und die Archivierung unseres Film- und Videobestandes. Mein Name ist Christoph Bauer und ich bin zuständig im Programm Sächsisches Audiovisuelles Erbe für die Digitalisierung und die Katalogisierung des Materials. Was haben wir mit Ihnen vor? Wir möchten uns unterhalten über die Projektorganisation von Digitalisierungsprojekten von Filmbeständen. Das heißt, was fällt im Vorfeld an? Wie identifizieren wir unsere Bestände? Wie gehen wir ein so großes Digitalisierungsprojekt an und worauf sollte man achten? Außerdem wollen wir Tipps geben für eine Vorerschließung des Materials ohne eigene Abspielgeräte. Fragen beantworten, zum Beispiel, wie so eine Digitalisierung konkret stattfindet. Vielleicht haben Sie aber auch schon Bestände vorliegen. Vielleicht haben Sie auch schon gewisse Erfahrungen oder vor allen Dingen schon Fragen. Deswegen bringen Sie diese mit. Fragen Sie uns und wir bemühen uns, darauf Antworten zu finden. Ich grüße Sie herzlich. Mein Name ist Martin Morgenstern. Ich arbeite in Dresden als Journalist und Redakteur. Ich habe auch ein bisschen bei der Organisation des Fachtags jetzt bei der Vorbereitung geholfen und wollte mich Ihnen kurz vorstellen und auch Martha Stellmacher, die ich als Co-Referentin in meinem kleinen Panel um 11.40 Uhr dabei habe. Martha. Ja, guten Tag. Ich bin Martha Stellmacher. Ich bin seit vergangenem Jahr an der SLUB beschäftigt und arbeite dort für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur und zwar für das Konsortium NFDI for Culture, das sich den materiellen und den immateriellen Kulturgütern widmet. Eine typische Situation für Ihr Material wäre ja, das ist jetzt durch die SLUB digitalisiert worden oder mithilfe der SLUB und das Material ist jetzt online zugänglich für die Öffentlichkeit und jetzt wollen Sie als Archiv, als Quellgeber, als Materialgeber das noch ein bisschen bekannter machen und nach außen tragen. Und da würden wir in unserer kleinen Fragerunde beim Fachtag besprechen, wie Sie da günstigerweise an die Journalisten herantreten. Martha wird etwas zu den Forschungscommunities erzählen. Das würde ich Ihnen bei dem Fachtag etwas genauer erklären und natürlich auch für Ihre Fragen zuständig sein und versuchen, Ihre Fragen dazu zu beantworten. Also wir freuen uns, Sie am 21. Januar virtuell zu treffen und zu sehen. Vielen Dank und bis dahin. Vielen Dank.